*** Ehh, der Kastner ist nicht der... Ja, das ist nicht der Autorität, ja. Ha 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 ha! Es ist auch eincular Schuss oder? ... oder was einular! Ja, das ist nicht egal. Und dann ist der Kastner-Kaste! Wer MAN macht es nur noch aus? Nein, wäre das noch mal? Ich weise-Delle, ihr macht es nicht! Ich weise-Delle jetzt schon mal... Ja, sicher. Ja, das ist auch böse. Weil sich natürlich bei mir vor allem ist es ein bisschen mehr, oder von Krennen? Ich habe einen guten Tag. Ich habe einen guten Tag. Ja, ja, ja. Oh, das ist ein klem. Das ist ein klem. Das ist ein eigener. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hatte ein Leuk an. Wir haben das geschafft. Wir wollen die für Annen machen. Das ist ein klem oder Kino, oder? Ja, also der ist ein klem. Wir sind zwei. Wir sind zwei. Wir haben hier eine Unruhe. Wir sind alte, was er. Das ist schon ein Kultusprang, das ist schon ein Kultusprang. Ich habe einen Kultusprang, aber die Kultusprang sind so gut. Auf Plastik, die haben hier einen verlangt zu weg. Wie ist denn eine rechte Kultusprang? Das ist schon ein Kultusprang. Ich habe einen Kultusprang, weil der Ton, der Tewege ist, muss man die Kultusprang finden. Ja? 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 Kilometer. Äh, das ist schon ein Kultusprang? Äh, ein. Ein. Ein, ein. Ein. Ich kann es eben mal sagen, wenn du ein Kultusprang bist, muss man ein paar Malzins zu sehen. Watt? Ein, ist ein Kultusprang. Einer hat es noch eine Kultusprang. Ja. Ein. 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 Ich schaufe das mal nicht über die Wettbewerikum. Ich schaufe das mal nicht über die Wettbewerbung aus. Ja, da sind wir jetzt noch mal ein Geheuer, aber die Wettbewerbung ist. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. So, ähm ... Was ist das alles zusammen? Eier oder wie auch? Ja, was ich dran? Nee, ich hab's dran. Ja? Oh, dann muss das nur noch ein Eier liegen. Eiern, hagen. Eier, hagen, ja? Ich bin ein. Ja? Hier ist das Eier, das ist das Eier für die Wettbewerbung, denn wir stellen ein Aufrag auf mit einem Eier, das ist das Auto drauf, was wir tun? Ja, ich habe es schon gesagt. Ich habe es schon gesagt. Ich habe es noch gesagt. Oh ja! Wenn man ein Börstchen hat, mit 0,311 ... Ja? Das ist gut zu halten, das ist sehr wichtig. Wenn man ein Börstchen hat, wenn man ein Börstchen hat, mit 0,311 ... Das bedeutet, dass das Börstchen auf 1.0 hat gewonnen. Und dann muss man bei der ersten Kruispunk nach links. Ja, das ist das. Ja, das ist das ein, das ist das ein, dann geht es um zu den Kruispunk, also das ein Börstchen, dann geht es da links auf und dann geht es das ein. Ja, das ist das ein Börstchen. 0,311. Ja, das ist das ein Börstchen. Dann geht es um ein Börstchen auf und dann geht es um 3. Ja? Ja, wir sind ... Ja, das ist das ein Börstchen auf und dann geht's um 3.0. Ja. 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 Eine von den ließen, über den Spezimenten, dann ist sie noch leicht. Ich hab keine Bitte mehr. Ich hab keine Bitte mehr noch geboten. Wie geht's? Die gibt es zu sehr zu. Ja, ich hab keine Bitte mehr über Körnungen.